Moin, ihr Gamer! Und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider! Ich bin Olli von den Durchschnittsgamern und das hier ist ein kleines Blumenkind mal gewesen. Das sieht man. Sie hat immer noch die kleinen Gänseblümchen. Und das hier ist ein ziemlich hässlicher Typ. Etwas entstellt. Vielleicht haben sie ihn auch noch hässlicher und sie haben ihn etwas schöner gemacht. Das hier sind auch viele halboffene. Aber wir kümmern uns da mal nicht drum. Wir machen einfach gleich weiter. Wie sich das gehört. Überlebensinstinkte. So, hier. Bäm. Ja, ich habe schon wieder nichts gesehen. Bäm. Hinten liegt eine Truhe. Ich kann aber irgendwie nichts sehen. So, außer dass ich da irgendwo hin muss. Dann kredieren wir doch mal hier hoch. Es fällt gerade mal wieder auf, wie geil die Grafik eigentlich aussieht. Das sieht alles so schön aus. Es ist sehr schön gemacht. Ah, gut, dich spüren. Fühl mal. Also. Ach, ja, richtig. Genau. Da müssen wir so hin, ja? Können wir aber nicht, weil da Stahl drin ist. Doch. Ah, schön. Aber sonst geht's hier gut, oder? Was soll denn das Gedrülle, sag mal? So. Warum? Frag mich schon, warum? Pads. So, das, glaube ich, reicht erstmal für den. So, so, Schuh. So, ja, das will ich auch sagen. Ich mach euch schon auch ganz schön fertig. So, und so schwer war es nicht. So, mein Freund, du kriegst dann einen Pfeil rein. So, für dich war es dann mal wieder nicht erfolgreich. So, was ist denn, was ist denn jetzt schon wieder auf mich? So. Okay. Sag mal, kannst du mal aufhören damit? Scheiße. Warum bin ich denn jetzt gestorben? Ich bin schon was für gemacht. Ich stand doch da in Deckung. Was soll denn sowas? She's just one girl. That one girl is kicking off. Okay. Also, noch mal das Ganze. Okay, she can't stop us all. Okay, get around. We can catch her. Go in from the side. So, raus und da hast du erstmal wieder die nötige Portion. Du brauchst uns so richtig... So, jetzt will ich aber auch zu dir nochmal richtig liebenswürdig sein. Wo waren wir jetzt jetzt immer? Okay. So. 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 Geht vielleicht so ein bisschen. So. Kleiner Feuerfeier hat auch noch niemandem geschadet. Also, also mir zumindest nicht. So. Shit. Komm. So, bist du rausgegangen dabei? Ja, sehr schön. So. Gut. Du hast auch schon wieder genug. So, wo... Kommt die denn alle her, Mann? Du musst ja irgendwo ein Nest sein. Das ist ja furchtbar. Ab nach Kassel, sag ich. So. So. Scheint jetzt... Habe ich eigentlich die Muni nicht aufgenommen. Bin ja wohl bekloppt hier. Mann, da. Dieser Abschaum die ganze Zeit. Hätte ich jetzt auch noch aufmachen können? Nee, ne? Ich muss mich schon verteidigen auch. Das wäre es ja jetzt noch gewesen, wenn ich hier einfach rausrennen könnte, ne? So. Auch schon voll. Pump. Ja, wobei, die bringt ja nichts auf die Distanz. Die... Das war, glaube ich, schon okay, die nicht zu benutzen. So. Gebt mal her, was ihr habt. Das war echt eine erfolglose Tour, die ihr gerade hinter euch hattet, ne? Also gut, einmal habt ihr mich gekillt. Ah. So, was bringt das? Ah. Gut zu wissen. Es gibt für alles eine einfache Lösung. Wo sind wir denn hier? Was passiert hier? Und wie können wir es verhindern? Ah. Okay, kein Fertigkeitpunkt. Wieso kein Fertigkeitpunkt? Hm. Und Ösrüstung? Können wir natürlich ein bisschen was machen hier. So, Schlüsselring. Ach, weiß ich nicht. Schrotflinte. Weiß ich nicht. Gewehr. Handfeuerwaffe. Handfeuerwaffe. Da nehmen wir erst mal das Gewehr. So. Polierter Auswerfer. Die Schussfrequenz erhöht von mir aus. Und dann eben noch Schaden erhöht. Das ist doch schön. So, sieht ja schon gut aus mit dem zusammengeklebten Magazin da. Sehr professionell. So, was kann ich noch... Warum ich da noch keine Rücklaufbremse? Sag mal, sowas muss man noch haben. Eine Rücklaufbremse braucht man aber schon hier. So. So, damit ist das aber noch schon 50%. Wieso ist denn das nicht... Na, egal. Egal. Machen wir erst mal... Nehmen wir erst mal so entgegen. Fröhlich wie immer mit einem Lächeln. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und einem im Wind wehenden Kumpel. Ach, da geht's ja schon wieder los. Wo seid denn ihr? Was macht denn ihr? Was soll denn das? Und warum darf ich nicht mitspielen? Frage ich mich. Das kann doch alles nicht euer Ernst sein. Diese ständige ohne mich spielen wollen. Los. Und jetzt... Kommt ihr jetzt wenigstens? Meine Patience hat sich beobachtet. At long last I have my Lieutenants. My Enforcers of the Way. The Storms brought me exactly the men I need to begin building the Solari-Brotherhood. Strong of body, weak of will. They were broken in the Storms. Weakened and vulnerable. And I raised them up again. Now they serve me. And through me, her. The Sun Queen. She is showing me the way. She is all... Oh Gott, all mein Hoffen, all mein Sehen, bla bla bla. Ich hab's gehört. Arbeit adelt, sage ich dazu. Er hat mal versuchen können in seinem Leben. Das ganze... Wir haben so okkulte Scheiß. Das ist doch alles für'n Arsch. Wie kann ich so leben, wie das? Ja. Äh. Geht's. Aber Lara, Hauptsache du tummeltst dich erst mal wieder in den Schlamm hier. Grim? Kennen wir den? Da müssen wir hoch. Oh, jetzt schreit der mich mehr. Wer will jetzt erstens auf die Fresse kriegen. Ups. So. So, ihr Arschlöcher. Burn in hell. So kriegt der mich schon mal gar nicht. So schon mal gar nicht. Und du da oben, du hältst jetzt auch mal die... Du hörst mal auf mit dem Scheiß. Ich will die Sirene nicht die ganze Zeit anhaben. Wenn ich das gewollt hätte, dann würde ich sie selbst betätigen. Lara ist nämlich ne... Selbst ist die Frau. Lara macht das dann schon. Wenn sie das haben will. So. Das wollt ihr echt probieren. Das wollt ihr echt probieren. Und das mit Dynamit. Mein Gott, seid ihr echt... So seid ihr echt so blöde. Seid ihr echt so gehindert, Leute. Dass ihr nicht versteht, dass ich euch allen auf die Fresse haue mit meiner... So. Und hört endlich mal auf mit dem Ding hier rumzuspielen, mein Gott. Wie viele von euch soll ich noch umbringen, ne? Ich muss mal diesen Typen an der Sirene da oben kriegen. Der geht mir auf den Sack, ey. Dieses blöde Rumgefuchtelte da. Hör mal auf. Du brauchst mal ein, zwei Hobbys mehr. So. Schmeiß mal schön weiter durch dein Leder hier. Hier auch mit euch drauf. Ich nehme euch alle mit. Wenn ihr mich kriegt, dann nehme ich euch alle mit. So. Noch zwei hinüber. Ich haue euch tot. Und zwar mit einer Faust. Mit einer stehlernden Faust. So. Und dich. Ich mache schon das Reflex tot. Ja, ja. Toll. Reinforcements. Das ist genau das, was ich brauche jetzt hier. Oder soll ich irgendwas machen? Oh. Clara! Du bist живet! Beste ganz bald. Wo sind die anderen? Sie sind immer in der Mitte. Aber ich weiß wo sie sind. Guck hier rein, und wir werden sie zusammen mit. Ich kann nicht auf da von hier. Ah, schweig. Dammit. Well, they got some kind of setup for hauling cargo. Maybe you can use it to come around the other side. All right. I'm on my way. Fähigkeiten-Punkt. Na, würde ich doch meinen. Dass ich hier noch nicht ausreichend belohnt wurde mit Fähigkeiten. So. Komm, gib mir alles, was ihr habt. Mein Gott, er ist schlecht, echt. So, dann stellen wir erstmal schön da oben hoch. Und dann gucken wir mal. Können wir das auch machen? Mach es mal auf jetzt hier. Ach so. Gut, kriegt man auch nicht Platz. So. Jetzt mal ganz nach oben, Alter. Das ist ja richtig hoch da oben. Vielleicht habe ich die Brücke laufen auch. Die Brücke würde mich ja jetzt erstmal besonders interessieren. So. Was ist das? Bringt mir das irgendwas? Bringt mir nix. Ups, jetzt nicht irgendwie blöd rumspringen, ne? So. Bringt mir das irgendwas? Ne, ne? Ups. Ne, ich... Okay, ich kann von diesen Dingern absolut nicht runterfallen. Das heißt, Mühe geben habe ich mir völlig umsonst. So, einschwollen. Nix da. Du explodier schon! Und... ... ... ... ...